Die überraschenden dorfischen Aussagen von FED-Chef Paul, der konstant versucht hat, die höheren Inflationsdaten, vor allem aus dem Januar, aber auch aus dem Februar, klein zu reden. Die dürften dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump Präsident wird, noch weiter gestiegen ist, obwohl Paul wahrscheinlich das Gegenteil bewirken wollte. Erstens, wahrscheinlich wollte er bewirken, seiner Freundin Janet Yellen nicht allzu hohe Zinsen bezahlen zu müssen auf diese massiven Schulden der USA. Klar, das ist auf Dauer nicht getragbar, deswegen muss er versuchen, irgendwie die Zinsen runterzukriegen. Die Frage ist nur, was macht das dann mit der Inflation? Das ist das Erste. Das Zweite aber ist, dass wahrscheinlich die Wahl für Biden so oder so nicht zu gewinnen sein wird. Und wenn mit diesen Aussagen von Paul die Finanzkonditionen sich weiter lockern, wird die Inflation weiter ansteigen. Und damit schwinden die Chancen Bidens auf Null weiter die Wahl gewinnen zu können. Denn was die Amerikaner nervt, ist nicht, dass die Wirtschaft nicht gut laufen würde. Die läuft ziemlich gut, sondern dass das hohe Preisniveau nicht runterkommt, sondern immer weiter steigt, auch wenn die Steigerungsraten ein bisschen abgenommen haben. Aber das schürt die Unzufriedenheit mit Biden. Paul durch niedrig oder durch Kleinreden der Inflation schürt letztendlich wieder neue Nachfrage durch Lockerung der Financial Conditions. Das wiederum wird die Inflation nach oben bringen. Und das machte Trump dann letztendlich zum relativ sicheren Präsidenten. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen. Vor allem eben diese Dotplots waren es mit den weiteren drei Zinssenkungen für 2024, die die Märkte zunächst mal euphorisiert hatten. Auch wenn man eine Zinssenkung seitens der Dotplots aus dem Jahr 2025 oder für das Jahr 2025 gestrichen hat. Aber das war das eine. Dann sehen wir aber, dass diese Entscheidung sehr knapp war. Das hätte nur ein FED-Mitglied ganz wenig hier an der Schraube drehen müssen. Dann wären es doch nur zwei Zinssenkungen für 2024 gewesen. Aber schwamm drüber. Goldman Sachs sagt, ja, unsere Interpretation ist, dass FED-Chef Paul und eine knappe Mehrheit, das ist eine knappe Mehrheit, wollen nicht zu spät die Zinsen senken. Sie streben offenkundig die Juni-Sitzung an. Das ist das eine. Und Standard Chartered sagt, ja, also die höhere Inflationsprognose und die Wachstumsprognose scheinen zu signalisieren, dass die FED eine moderat leicht höhere Inflation in Kauf nimmt. Genau das ist wahrscheinlich der Fall. Man sagt sich, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir da einen Dreh reinkriegen. Wir können uns diese dauerhaft hohen Zinsen bei dieser Verschuldung nicht leisten. Also tolerieren wir mal ein bisschen eine höhere Inflation. Auch wenn Paul das gestern zurückgewiesen hat, Stichwort das 2%-Ziel bei der Inflation. Aber eins ist eben klar, Paul hat, wie Gordon Johnson hier sagt, im Grunde klar gemacht, dass man nicht data-dependent ist, also datenabhängig. Sonst müsste man stärker auf die Inflationsdaten reagieren. Sonst müsste man sagen, okay, wir nehmen die Wachstumsprognosen rauf. Dann müssen wir auch die Zinsprognosen mit nach oben nehmen. Das war ruchlos, wie Gordon Johnson hier sagte. Denn die Bond-Märkte oder insgesamt dürfte die Inflation steigen und die Anleihenmärkte, die werden sagen, naja, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Aber wir wollen höhere Kompensationsraten, weil wir schnüffeln, dass da viel mehr Inflation kommt. Da werden wir uns nicht abspeisen mit niedrigen Renditen. Und wir haben gesehen, bei den länger laufenden Renditen, die haben praktisch nicht reagiert auf die dorfischen Aussagen von Jerome Powell. Und Ross Hendricks bringt es hier nochmal auf den Punkt. Wir geben den Kampf gegen die Inflation auf und wollen auch das Quantitative Tightening beschränken, weil wir müssen eine Wahl gewinnen und müssen 2 Billionen Perpetual Budget Deficit finanzieren. Damit kommen wahrscheinlich die 2 Motive vom guten Schiromi auf den Punkt, warum er so dovisch war gestern in dieser Presskonferenz. Obwohl eben, wie gesagt, Wachstum nach oben genommen wurde. Die Arbeitslosenquotenerwartung nach unten genommen wurde. Die Inflationserwartung nach oben genommen wurde. Das passt nicht so richtig zusammen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Und hatte ich gestern schon gezeigt, die Financial Conditions, die sind deutlich aufgeweicht. Powell behauptet das Gegenteil. Wir denken, die Financial Conditions erlasten auf der Wirtschaft. Ist das so? Schauen wir uns diese Financial Conditions nochmal an einer anderen Ebene an. Hier sehen wir, die sind jetzt etwa da, als die FED begann, die Zinsen anzuheben. Es hat sich also, wenn man so will, durch die ganzen Zinsanhebungen jetzt nichts mehr geändert. Die Zinsanhebungen sind pulverisiert, könnte man sagen. Und hier rechts sehen wir den Chef der Bank of America. Der sagt, die FED und Jay Powell glauben, dass die Geldpolitik restriktiv sei. Aber die Finanzkonditionen sagen uns das nicht. Also der zweifelt ganz klar an, was Paul und so weiter hier sagen. Und das sind die Konsequenzen daraus. Hier sehen wir mal den Zusammenhang zwischen Financial Conditions oder den Monetary Conditions und den Inflationserwartungen. Und wir sehen, die Inflationserwartungen gehen nach oben, so wenn die Financial Conditions sich weiter auflachsen oder wenn die laxer werden. Klar, wenn das Geld lockerer sitzt, dann entsteht wieder Nachfrage. Dann entsteht eben Inflation. Also steigen die Inflationserwartungen. Wenn die Inflationserwartungen steigen, steigt in der Regel auch die Inflation. Weil wer Inflation erwartet, kauft lieber jetzt als später, weil er denkt, dann gehen die Preise nach oben. Diese Grafik zeigt das ganz, ganz klar, was hier los ist. Und wir haben ja gesehen, die Break-Events sind deutlich gestiegen. Die zwei Jahre Break-Events, also die Inflationserwartungen für diesen Zeitraum. Und wir sehen, immer mehr der großen Dickfische sind besorgt über Inflation als das eigentliche Risiko. 32% deutlicher Anstieg zuletzt. Und die haben einen sehr, sehr guten Punkt. Dan Powell, der verhält sich wie Arthur Burns, indem er eben die Financial Conditions sich weiter auflockern lässt. Und damit all diesen Cocktail ermöglicht, der dann zu einer höheren Inflation führen wird. Er wird sich dafür verantwortlich machen müssen, denke ich. Und das vor dem Hintergrund, dass eben diese Inflation die Leute kaputt macht. Er hatte hier das gestern schon mal gezeigt. Bei 4% Inflation ist deine Kaufkraft in 17 Jahren halbiert. Alleine seit Powell im Amt ist, sind eben mal 30% an Purchasing Power verschwunden. Das ist das eine. Und das andere ist, was Umfragen ganz, ganz klar zeigen, was ich anfangs erwähnte, ist, es hilft beiden nicht, dass die Wirtschaft stark ist. Was helfen würde, wäre, wenn die Preise nach unten kommen würden. Das tun sie aber nicht, sondern sie steigen auf dem schon ohnehin extrem hohen Niveau weiter. Und das sorgt für die Unzufriedenheit mit der Biden-Regierung. Das ist der Hauptgrund. Und so sagt Gordon Johnson zu Recht. Genau das, nämlich die Inflation, die durch die Fed jetzt wieder mal beflügelt wird, wird die Wähler noch mehr Donald Trump in die Arme treiben als ohnehin schon. Und hier sehen wir auch nochmal, dass der Easing-Talk von Jerome Powell und der Fed Joe Biden auch nicht wirklich hilft in den Umfragen. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen, naja, wir wollen die Zinsen vielleicht senken und Zustimmungswerten zu Biden. Das ist sozusagen die Krux letztendlich für den US-Präsidenten, dass ihm damit nicht geholfen ist. Vielmehr sehen wir, dass die Benzinpreise deutlich ansteigen in den USA, also ein zentraler Inflationstreiber. Die Galone jetzt bei 3,53 deutlich gestiegen. Und wir sehen Rohstoffe insgesamt, die natürlich auch wie Kupfer etc. jetzt hier nach oben tendieren, wenn man das Gefühl hat, die Fed tut nicht wirklich etwas gegen die Inflation. Das heißt, wir sehen, dass auch von dieser Seite Inflationsdruck kommen wird. Gleichwohl erwartet Goldman Sachs die erste Zinssenkung im Juni. Das dürfte jetzt Konsens sein an den Märkten. Und dann geht das Ganze langsam runter, bleibt aber weit über 3%. Die Fed hat ja gestern selber gesagt, wir erwarten Ende 2025 Zinsen von 3,9%. Also das würde bedeuten, dass die Leitzinsen so um 1,5% bis Ende nächsten Jahres fallen würden. Das ist jetzt auch nicht das riesige Ding. Hier sehen wir aber, dass diese Zinspause, der Fed schon relativ lang ist, die zweitlängste Mitte 10 Monaten. Im Mai ist ja die nächste Sitzung, nehmen wir mal an. Auch da passiert nichts. Das zumindest nehmen die Märkte an, dass das ja erst im Juni passiert. Dann hätten wir 11 Monate, das wäre die zweitlängste Strecke in den letzten Zinsperioden, wo die Fed nach der letzten Zinsanhebung die Füße stehe gehalten hat. Und das natürlich zu Recht aufgrund der wiederauflebenden Inflation. Wir sehen, dass gestern an den Märkten die Zinssenkungserwartungen deutlich reagiert haben. Und das Lustige ist, dass ja vorher die Märkte hier Nasdaq gegen Zinssenkungserwartungen, dass die Märkte das ja komplett ignoriert haben. Aber wenn die Zinssenkungserwartungen sozusagen wieder steigen, also man mehr Zinssenkungen erwartet, dann steigt natürlich auch der Nasdaq. Vorher hat er das ignoriert. Das ist Russinenpicking. Interessant aber auch, dass der Nasdaq schwächer ist nach wie vor als der S&P 500. Das sind Muster, die man oft eben an Tops oder an Böden sieht. Und wenn zum Beispiel der Nasdaq beginnt stärker zu werden als der S&P 500, dann ist das oft ein Zeichen für einen Boden. Mal sehen, wie es diesmal kommt. Wir sehen aber auf jeden Fall, dass die Anleiherenditen nicht groß reagiert haben. Zumindest die länger laufenden hier, wie bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Der Dollar hat reagiert, ist jetzt zunächst mal auf sein Ausbruchsniveau wieder zurückgekehrt. Und wenn wir noch mal hier zu Bitcoin und MicroStrategy kommen, also zu MicroSaler, der so viel Bitcoin kauft, wie geht, dann warnt jetzt der JP Morgan und sagt, das ist ein Klumpenrisiko. Denn MicroStrategy kauft oder die Bitcoin-Bestände von MicroStrategy werden als Sicherheit eingesetzt, damit sich das Unternehmen noch mehr Geld leihen und noch mehr Bitcoin kaufen kann. Das ist ein Muster, was wir in den 20er, 1920er Jahren gesehen haben. Da haben die Leute Aktien gekauft, auf Pump. Wir haben diese Aktien dann als Sicherheit für ihren Kredit hinterlegt. Geht alles gut, solange die Kurse schön steigen, wenn die Kurse aber deutlich fallen, dann wird die Sicherheit weniger wert, nämlich die Aktien, die man hinterlegt. Dadurch sagt dann der Kreditgeber, du musst nachschießen. Wir brauchen neue Sicherheiten, weil deine Sicherheit ist weniger wert geworden. Dann muss der entsprechende Kreditnehmer eben weitere Aktien verkaufen, um überhaupt diese Liquidität zu generieren, um nachschießen zu können. Und so entstehen dann Domino-Effekte. Das kann, wenn die Kurse mal maßgeblich unter Druck kommen sollten bei Bitcoin, eben genauso mit Michael Saylor passieren. Wird wahrscheinlich sogar passieren, denn es sind solche Muster, die immer wieder scheitern. In der Börsengeschichte abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Gold erstmals über 2200 Dollar, neues Allzeithoch also bei Gold. Bitcoin hat das noch nicht geschafft. Wasserkraft, nachdem wir ja auf 74.000 waren, dann auf 61 runter, aber natürlich auch nach der Fed gestern erstmal deutlich gestiegen. Also erste Empfehlung Gold und zweite Empfehlung something completely different, nämlich der Etikettenschwindel Wasserkraft. Das ist sehr billig, aber nicht grün. Wasserkraft wird uns als grüne Technologie verkauft. Wir haben mal, oder mein Kollege Andreas Niederwieser hat mal hinter die Kulissen geguckt und zeigt, was das in der Realität bedeutet. Wie krass da Umwelt zerstört wird. Und das unter dem grünen Logo, Mensch, ist doch grün, oder? Und das zeigt so ein bisschen, wie verlogen so vieles letztendlich ist. Wir machen uns unsere Umwelt wirklich kaputt, aber haben natürlich ein super Gewissen dabei. Diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren. Und wenn Ihnen die Artikel gefallen, haben Sie über den Artikeln der Social Media Buttons, würde ich mich freuen, wenn Sie die weiterempfehlen auf Social Media. Also diese beiden Artikel. Ich sage es ja aus. Ciao.